ich begrüße euch zu einem weiteren let's play auf dem weg in liga 1 das letzte spiel 1 1 schade ist unglücklich jetzt habe ich noch drei spiele zwei punkte bis zum nicht abstieg wenn ich alle spiele gewinne ist der aufstieg sogar noch drin aber gut wollen wir erst mal bestehen darmstadt na gut der mannschaft treu geblieben läuft damit einfach besser immer auf sieg spielen gleich aggressiv schade 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 ein guter start gewesen ja letztes spiel habe ich eine erste minute in deutschland das war natürlich eine große hilfe früh stören ja schade danke ja absatz schade kommt sie nicht durch aber das gibt es nicht wenn sie noch einen meter laufen können so ein schöner traumpass wichtige punkte ja zwei erst im nicht abstieg alles gewinnen und der meister ist natürlich auch der aufstieg in die liga 3 jetzt bin ich ziemlich gut durchmarschiert ab liga 4 war schon schwieriger auch der hat aber super rausgeholt der war echt gut gespielt ja gut da kann man schon durchaus sagen risiko 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 so reinzugehen das ist schnell ja schlechte idee Puh, gefährlich. Nein! Nein, nein! Abseits! Oder faul? Gott sei Dank, als der war durch gewesen. Tja, da geht's nicht weiter. Schade, ich dachte schon, der rettet ihn zu mir. Faul? Träumt doch. Ach, schade. Schade, schade, schade. Kein Abseits? Kein Abseits! Jawoll! Das war ein bisschen enger, sag ich. Aber auch mal gut. Führung. Wichtig, 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 wichtig. Weltklasse, hat er gesagt. Kann kein anderer. Okay, doch ein relativ frisches Tor. Gibt erst ein bisschen Ruhe. Ach, nicht so eine Scheiße, Mann. Gut. Ah, nicht stark genug. Ich soll da gleich weiter runtergehen, aber nicht ganz geklappt. Das war gar nichts. Und wer im Weg steht, kann ich auch nicht dafür. Ja. Scheiße, Mann, hier so ein Mist, ey. Weck das Ding erst mal. Ah, nicht gut genug. Nicht gut genug. Ich bin da nicht gut genug. Kopfbilder bin ich irgendwie nicht so, der Hit. Mal stören, 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 stören. Nicht atmen lassen. Nicht atmen lassen. Vielleicht zu Fehler. Ah, nicht sauber genug. Wäre gut gekommen. Vorlocken, die Leute. Oh, was für ein Profi. Okay, ist ja doch noch eine zweite Liga. Ah, gut. Ah, gut. Trin geblieben. Okay. Okay. So geht's auch. Irgendwie. Ich wollte schießen, dann schmeißt er den um. Keine Karte Gold. Doch? Ne. So soll es echt nicht werden. Das ist ja nicht für Hause. Es ist kein Freistoßspiel, das ist kein Niemals dafür. Ich weiß doch nicht, wo ich stehen muss. Ich habe keine Ahnung. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber mehr Glück als können, würde ich meinen. 1-0, damit kann ich leben. Dann wäre man von den Abstiegsrängen runter. Und hätten immer noch die Chance aufzusteigen. Und verdient. Noch eins draufsetzen. Das ist ja heller. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ah, ein klasse Doppelfass. Ein Zungelschnalzer. Zwei Karten von dem Malmöse. Auf dich frei. Schön. Oh. So ein traumhafter Pass. Und was macht der denn? Da. Mh. 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 Ja. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann könnt ihr den Ball nicht bauen. Man, man, man. Naja, gut, er muss zwei Tore haben, erst mal. Ach, perfekt gespielt. Sehr schön. Noch mal das Tor von vorhin zum Genießen, mal gucken, was die Wiederholung so hergibt. Scheide. Uh, erst mal mehr, bin ich wie in die Püße gerannt. Gut. Ne, Mau. Woh, was du denn? Nicht mehr Angst. Hm. Sehr schön. So was leichtsinnig ist hier. Ist leichtsinnig. Das ist echt zu einfach. Schön abgeblockt. Das müssen wir noch nach Hause bringen jetzt hier. Was abseits alles? Ich sollte heute anfangen, lange Bälle vorzudonnern. Das wird also nichts mehr. Lauf! Schade. Schade. Da muss festgekrallt. Dank seiner Übersicht konnte er den Mann ablösen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Kerner da gewesen, Mensch. Schaut euch die Mitte durch. Wunder. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe es schon auf dich. Da. Das ist nichts, Kollege. Nix ist das. drei punkte raus aus dem abstiegsplatz wichtiger sieg wichtiger sieg nach dem wechsel von druck und läuft endlich zwei spiele nach zwei sieger und ich aufgestiegen in die dritte liga mal schauen ob das möglich sein wird ich erhoffe es mir es bleibt spannend was soll es gewesen sein bleib dabei wenn ihr sehen wollt wie ich hier bis durch die erste liga renne irgendwann irgendwie also so es gewesen bis dann bleibt mir treu